Ja hallo zusammen, hallo ihr da draußen. Heute ein weiteres Unboxing hier bei mir. Ich habe hier die Blu-Ray, den Film Hustlers. Freigegeben ist das ganze ab 12. Dies ist der neue Film mit Jennifer Lopez. So sieht der Spine aus. Und so sieht die Rückseite aus. Werde ich das ganze jetzt mal unboxen. Ja schauen wir mal rein. Hier haben wir die Blu-Ray Disc. Irgendwie ganz cool gemacht. Leider kein Wendekover. Ja dieser Film soll ja sehr gut sein. Ich bin mal gespannt. Das war das kleine Unboxing von mir von dem Film Hustlers hier auf Blu-Ray bei mir. Ich bin damit raus. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.